D134 Servus, bei den Streckenvideos heute geht es um die Vogesen. Heute zeige ich euch ein Stück, und zwar die D134, beginnend auf der D7, zwischen La Petit Pierre und Vaitas Villa, und das ganze dann endend auf der D14 bei Neu Villa Les Savermes. Viel Spaß dabei, Salut! Hier nun auf der D7 in Richtung La Petit Pierre, bei der Abzweigung auf die D134. Sie ist vorbei, wie lange kann die D134 die den Abzweigkommen einführen. D204 Ich habe mir hier eine kleine Pause gegönnt, doch im Video hier geht es gleich wieder weiter. Ich habe mir hier eine kleine Pause gegönnt, was ich habe mir hier eine kleine Pause. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nun sind wir bereits am Ende der D-134 bei der WI-14 kurz vor Nöbelin in Saverham. Untertitelung des ZDF, 2020